So, was haben wir hier für Spinnengegner? Was ist denn ein Herz schlägt denn hier? Okay. Ein ranziges Ei. Wirklich jetzt? Oh ne, jetzt kommen wir hier in seinem Nest raus. Oh, I can't believe it. Jetzt kapiere ich den ganzen Scheiß hier. Oh. boah es sind hier viele von denen können die bitte mal gehen wie viel gibt es denn hier es ist gar nicht so schwer ich habe ihn ja ich habe ihn gerettet gerettet hätte 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 auch in seinem nest ist auch noch was mist komm her dicker ja das fehlt noch ja es war das letzte okay so hier wollten wir lange hier geht es in ein neues gebiet das sieht mir sehr nach spinnenkönigin aus oder ach so leute ich habe ein gutes gefühl bei der sache das ist gemein das ist einfach gemein hier gibt es noch ein dorf hätte ich jetzt hier nicht erwartet dass hier noch irgendwer wohnt oha da ist aber niemand drin aber vielleicht hier in dem großen okay was geht hier ab sei gegrüßt du bist sehr müde setz dich und ruhe dich aus wir sind freunde willkommen setz dich und ruhe dich aus bitte setz dich und ruhe dich aus ist es warm und sicher setz dich und ruhe dich aus willkommen du brauchst ruhe setz dich und ruhe dich aus ich habe irgendwie das gefühl wenn wir uns hier hinsetzen dass irgendwas passiert so ein ganz sand ganz kleines mulmiges gefühl bei der sache aber leute wir setzen uns auf diese bank geil ich bin im bau der bestie irgendwas sagt mir dass ich hier nicht sein will raus hier raus alles ist voll mit spinnenweben was gibt es denn hier oben wo spawn ich denn eigentlich wenn ich jetzt sterbe hoffentlich doch wohl nicht bei der letzten bank ich will es nicht herausfinden aber wie viele hits die auch brauchen geh doch endlich down was gibt es denn hier hinter dir es ist ja ein riesen labyrinth hier wie soll ich denn alle wege ausprobieren wenn ich nicht weiß wo ich schon gewesen bin ich verliere doch komplett die orientierung hier da ist eine lampe ist das ein gutes zeichen ein ranziges ei hm woher steht die raupe ich glaube die ist weiter oben ich hunge der gegner ja ich komme aber nicht hoch jetzt aber ja ja wie viele sind denn noch von denen hier ich will einen ausgang woher komme ich von hier eine bank eine echte bank ich habe eine karte ich habe eine karte vom gebiet oh geiles geile karte so die karte ist einfach jo hier ist spinnendorf du bist hier drin aber da ist tatsächlich eine markierung von diesen drei markierungen auf der karte aber ja die karte hier bringt mir überhaupt nichts krass ich bin in dem raum wo ich gefangen wurde noster bückt sich hinter dir das würde mich noch interessieren zieht ihr eigentlich zwei leben ab ist das richtig glaube ja okay wild ich bin überlegen ob ich noch weiter hier in diesem spinnennest rumlaufen soll oder ob ich lieber rausgehe was gibt es denn hier sonst noch so hier gibt es so eine käferstation die kaputte bank automat 250 kommen das brauchen wir weil jetzt können wir von hier woanders hin fahren jetzt kann ich zum beispiel von hier aus zur bank fahren und kann mein restliches geld mal sichern das mache ich auch direkt also die bank bank wo man geld hinbringen kann nicht die bank zum ausruhen aber geil jetzt kann ich endlich von da hinten ganz bequem hier hinkommen weil es da endlich eine hirschkäfer station gibt alles was ich einzahlen kann vielleicht haben wir hier eine gute stelle erwischt um aufhören zu können dann machen wir hier nächstes mal weiter dann 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 dann